Die Thomas Behrend Glas- und Gebäudereinigung ist ein seit 1996 geführtes Berliner Familienunternehmen. Unser Kerngeschäft bilden die Geschäftsbereiche Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung, Baureinigung sowie Garten- und Grünanlagenpflege und Winterdienst. Dank unserer ausgesprochenen Qualitäts- und Serviceorientierung, Gründlichkeit und Flexibilität genießen wir eine hohe Kundenzufriedenheit. Wir haben die Erfahrung und das nötige Wissen, um Ihnen reinigungstechnisch optimale Bedingungen in Ihrem Büro oder Ihrem Objekt zu schaffen. Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.